Hallo und herzlich willkommen auf EPIC SHOT Show 2023. Wir sind am Stand von First Spear. Bei First Spear gibt es im Bereich der Plattenträger keine Neuheiten, allerdings hat man das komplette Pouch Layout komplett neu betrachtet. Wir haben jetzt hier, bzw. First Spear hat sich gedacht, wir wollen den Standard Loadout eines Infanteristen leichter machen. Wir haben hier eine Gewichtsersparnis von ungefähr 20% als Faustregel, wenn man die komplette Lineup nutzt und hier auch wirklich für jede Anwendung eine Tasche. Das heißt, es gibt jetzt ganz neu aus Laser Cut Laminat eine Tasche für Magazine, die auch von der Konstruktion her so gemacht ist, dass sie mit einer Flap bedient werden kann und dass sie eben nicht nur leicht ist, sondern auch offen stehen bleibt durch die Konstruktion, wie das Ganze hier angewandt ist. Aber wenn man zum Beispiel sich ablegen muss, die Tasche sich dann aber auch flach zusammenlegt, wenn sie leer ist und damit halt eben diese Gewichtsersparnis auch erreicht wird. Das gilt nicht nur für die Magazintaschen, da haben wir natürlich dann auch hier für Rauchgranatentaschen entsprechend, aber auch für 40mm Geschosse, für Flashbanks, für Fraggranaten und natürlich auch ganz wichtig, Multi-Use-Taschen, Utility- oder GP-Pouches, wie ihr sie auch immer nennen wollt. Die gibt es hier in verschiedenen Größen, ebenfalls auch mit Laser Cut Laminat ausgeführt. Man hat hier natürlich extrem viele Möglichkeiten. First Spear hat das auch erkannt, wie viele andere Hersteller auch, das so zu nutzen. Und das ist eine coole Sache. Wenn ihr mehr Infos nochmal haben wollt zu First Spear, schaut doch mal in den Blog, da haben wir nochmal ein paar mehr Detailinformationen für euch. First Spear im Internet ist unten eingeblendet. Wir sind raus, gehen zum nächsten Stand, wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glock klicken. Bis dann, macht's gut, bye bye. Bis dann, macht's gut, bye bye. Bis dann, macht's gut, bye bye.